Was machen wir jetzt nur? Was? Was ist denn passiert? Robin hat eben irgendwie seinen Daumen entfernt. Ah, Bro? Ah, Bro! Oh, er ist wieder dran. Junge, bin ich froh. Oh nein, er ist wieder ab. Ah! Was geht hier vor sich? Zauberei! Nichts weiter. Den kleinen, komischen, blauen Kerl zaubern zu sehen, hat mich inspiriert, es auch zu versuchen. Hey, Beast Boy, ups! Hab deine Nase! Ah, Zauberei! Ah, ihr müsst sofort einen Arzt rufen! Mach sie wieder ran. Ich seh nicht an. Wenn euch das gefällt, passt auf. Anzeradmetrion sind los! Super lahm. Ich hab's doch ganz genau gesehen. Das war nur ein Zauberspruch. Ja, toller Trick. Sag mal, Beast Boy. Was? Ich glaube, da steckt irgendwas hier in deinem Ohrenbereich fest. Na, das ist nur mein Ohrenschmalz. Nicht das. Ich meine hinter deinem Ohr hier. Hä? Wie kommt denn das dahin? Da war eine Münze hinter Beast Boys Ohr. Hast du immer Geldstücke hinter den Ohren, Beast Boy? Nein, Leute, nie. Niemals im Leben. Zauberei! Ohr! Untertitelung des ZDF für funk, 2020 Ohr! Untertitelung des ZDF, 2020